Der Kommissionierwagen lässt sich dank seiner vierkugelgelagerten Leichtlauf-Lenkrollen mit spurloser TPE-Bereifung mit geringem Kraftaufwand verfahren. Die Stirnwände und Etagenböden aus glanzverzinktem Drahtschweißgitter sind leicht, transparent und unempfindlich gegen Verschmutzung. Die Etagenböden können wahlweise mit dem Abrollrand nach oben oder unten im Raster von 100 mm waagerecht oder geneigt eingehängt werden. Der hautsympathische Soft-Grip-Überzug auf den Rohrschiebegriffen ist äußerst ergonomisch und wirkt druckentlastend und isolierend. Die optionalen Trittstufen lassen sich per Fußtritt ausklappen. Sie stehen bei Belastung fest auf dem Boden, wodurch der Wagen sicher blockiert wird. Eine Rastsperre verhindert unbeabsichtigtes Ankippen des Wagens. Mit den Trittstufen werden weiter vorstehende Schiebegriffe zum Festhalten und Anlehnen geliefert. Die Trittstufen lassen sich durch einen Gasdruckzylinder leicht anklappen. Die Neigung der am Drahtgitter der Stirnwand eingehängten Schreibtafel ist mit den Stützbügeln einstellbar. Eine ebenfalls optionale Spurrolle sorgt für einen guten Geradeauslauf. Drehen auf der Stelle bleibt trotzdem möglich. Der Stützbügeln